Guten Tag. Hallo, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich werde über Briefe von einem Unbekannten erpresst und er oder sie fordert 5000 Euro. Wo sollen Sie das Geld hinbringen? Heute um 16 Uhr im alten verlassenen Bahnhof. Dann treffen wir uns 15.30 Uhr im Café in der Nähe des Bahnhofs und laufen zusammen dahin. Danke, bis nachher. Auf Wiedersehen. Gut, dass Sie so pünktlich erschienen sind. Haben Sie das Geld dabei? Ja, habe ich. Es kann losgehen. Okay, gehen wir. Hier ist er. Hier ist der Abgabe. Gut, dann stellen Sie das da hin und wir warten, bis jemand kommt. Dann ist das Spiel aus. Wir können uns da hinter der Ecke verstecken. Ich gehe schon mal vor. Okay, einverstanden. Komisch, holst Sie denn? Oh, Lord. Okay. pinpoint Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020